Es ist möglich, aber keinesfalls gewiss, dass richtig ist, was gewaltige Mehrheiten für richtig halten. Es gibt keine Herdenimmunität dagegen, historisch katastrophal falsch zu liegen. Deswegen erleben wir zunehmend Sturheit, Starrsinn und Rechthaberei. Erinnert mich an Flüchtlingskrise, sagt mir ein Mitglied aus Merkels Regierung. Der CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus macht sich in heiterer und hochrangiger Weinrunde über den Abweichler Armin Laschet lustig und alle lachen. Ist es in unserem Land eine gute Idee, sich in schwierigen Zeiten über Andersdenkende lustig zu machen und zu erheben? Was für ein Irrsinn. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie wir in drei, vier Jahren auf diese Wochen und Monate zurückblicken werden, wenn das Durchschnittsalter der Toten über der durchschnittlichen Lebenserwartung liegen sollte, Millionen Arbeitslose auf der Straße sitzen, der Mittelstand der Hartz IV finanziert vernichtet ist, wenn viele Restaurants für immer geschlossen haben, aber die Suppenküchen geöffnet sind. Wenn Menschen sich das Benzin für ihr Auto nur noch durch den Verkauf der eigenen Organe leisten können, fleischfressende Mutanten durch die Ruinen unserer einstigen Großstädte marodieren und Millionen von Hirntoten in ihren Suppenschüsseln ertrinken, weil unsere Zeitung als einziges Massenmedium überlebt hat. Es ist kaum möglich, aber auch keinesfalls wahrscheinlich, dass irgendwas von dem richtig ist, was wir in emotional aufwühlenden Großbuchstaben gewaltigen Mehrheiten von Menschen als Wahrheit verkaufen. Es gibt trotz katastrophaler historischer Beispiele keine Herdenimmunität dagegen, sich von skrupellosen Schmierblättern heimtückisch beeinflussen zu lassen. Deshalb erleben wir gerade in unserer Zeitung immer mehr Dummheit, kleinbürgerlichen Populismus und reaktionäre Rechtsdreherei. Erinnert mich alles an früher und ich glaube, Schuld daran ist Merkel, schreibt irgendwer irgendwo im Internet. Und schon haben wir wieder was für unseren morgigen Titel. Was für ein Schwachsinn, denke ich oft, wenn ich unsere hanebüchenen Schlagzeilen lese und mache mich mit meinen Kollegen in niederträchtiger Bierlaune über diejenigen lustig, die auf unsere Masche reinfallen und alle lachen. Ist es in unserem Land während einer veritablen Krise wirklich eine gute Idee, in der Presse bewusst den blindwütigen Volkszorn anzustacheln und sämtliche Stimmen der Vernunft und Wissenschaft lächerlich zu machen? Keine Ahnung, ich bin ja kein Journalist. Aber wir machen eine Menge Kohle damit, weil Sie uns aus geistiger Bequemlichkeit wirklich jeden Scheiß abkaufen. Vielen Dank, Ihr Julian Reichelt, Chef-Faktenficker. парissa untertitel höchst Chor Chor Untertitelung des ZDF für funk, 2017